so hallo meine lieben und willkommen zurück lego city immer noch ich mache jetzt einfach mal das rennen früher oder später müssen das ja machen es gibt gas ist der nitro reinpfeffern okay durchrauschen sehr gut nein so enge enges ding ich bin super bei auf der karte die jagen mich aber auch nicht überall lang grad so zum glück mann wer wer mit der hat diese strecken geplant designt es ist so furchtbar ich bin schon wieder am hafen da ist ein superbau, mann hier sind überall superbauers abgegildet alles klar okay so und schon es muss doch gleich ende sein ich glaube da ist gleich ende ja ja taxi cab cool ähm blaue farbe genau ich muss noch irgendwo blaue farbe finden und oh was noch die taxis genau äh taxis sag ich mhm telefonzellen telefonzelle telefonzelle so da ist eine sehr gut mal zwei von vier okay da ist keine mehr ne ich probiere mal mit ihm hier wie mache ich denn das kaputt ne bombe da ist so ne flagge mit so ner komischen ja sieht aus wie ein torpedo oder so oder ne bombe oh ich hab nen fahrgast hab ich gar nicht gesehen im ort wo ich geklaut hab war ich eine blauhaarige schöne junge dame die scheinbar geld sucht hat okay ich brauche irgendeine bombe und ich muss noch telefonzellen finden was kann ich hier machen oh schon wieder zu viel viel zu viel okay was kann ich hier eine fähre oh bitte oh bitte lass mich da auf die auf die auf die mit der freiheitsstatue da kommen wir ja ewig nicht hin okay hammer ziviler sehr gut ähm ja ja lass mich mal wieder spielen okay so wo komme ich jetzt damit hin ich hoffe das äh ich will aber nicht zur Apollo Insel Mann ey Juhu noch eine Figur Carl Wainwright oder 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 Kerl äh 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 ach nein verdammt Fang ihn! Komm schon! Oh, wieso ist der jetzt so schnell? Was ist denn das für ein Alien, Mann? Oh, okay. Gefangen. Das ist ein Boot, sehr gut. Hallo, lass mich mal vorbei. Alles klar. So, den hab ich auch. Ah, Telefonzellen. Und dann brauchen wir noch einen blauen Farbewechsler. Müssen wir noch irgendwo finden. Da hinten ist sie. Da hinten ist eine Telefonzelle. Super gut. Gut. Mann, ey, der steht 10 cm davor und schießt trotzdem daneben. Oh, okay. Das ist super, wow. Er hat bloß wieder so eine Rufsäule, das war mir klar. Das erkenne ich doch schon an der Form. Bristler. Uh. Okay. Noch eine Telefonzelle. Muss ich irgendwo da hinten verstecken. Okay. Oh Gott, da ist schon so eine Platte zum Aufbohren. Oh, der Kollege hat pinke Haare. Oh, da ist was. Joe. Oh Gott, diese Namen. Oh Gott, diese Namen. Oh Gott, diese Namen. Jazz. Okay. Okay. Was haben wir hier? Opera. Fantastisch. Äh, so, hier genau. Ach so, okay, alles klar, hier oben gibt's wieder so eine Bohrhammer-Pressluft-Power-Ding. Mission. Dann machen wir die doch mal. Oh. 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 Okay, ich hoffe, ich habe... Ach gut, hier sind noch welche. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendeine Huben am Dach verpennt. Nein, ich habe alle. Sehr gut. Oh, hier kann ich Dynamit kaufen. Das heißt, ich werde es hier irgendwo brauchen. Nein, er hier ist schon korrekt. Yeah! Alle Telefonzellen eingefährt. Und da ist mein verdienter Lohn. Aber wo war das? Wo was Rundes ist. Hm, da. Schon gefunden. Der lila Haarmann. Oh, der ist ja wirklich geil. Ich kriege den mal an. Der hat lila Haare und einen schwarzen Bart. Oh. War ich das? Was ist mit ihm los? Was? Ich weiß nicht. Oh, jetzt steht er wieder. Ich wollte ihm eigentlich beim Laufen zu gucken. Sieht ein bisschen aus wie Gronkh mit lile Haaren. Oder wie Gronkh mit rosa Haaren aussehen würde. Okay. Blaue Farbe. Wir haben bloß bisher Gelb und Rot gefunden. Aber da oben habe ich auch noch... Genau, da oben auf dem Dach haben wir noch was. Aus, geh rauf. Okay, ja, aus. Zack. Blitzschnell. Hoffentlich wird das hier nicht wieder irgendein Parcours-Level. Aber wahrscheinlich doch. Boah, wie ein junger Gott. Alles klar. So. Irgendwo da soll ein Verbrechen sein. Ah. Okay, den habe ich ja gar nicht gesehen. Hm. Ich brauche irgendein Auto. Ich brauche... Ja, gut. Hat ja mal mir jemand mitgedacht bei der Polizei. Oh. Dann überdreht das Teil auch noch. So ein Biest. Okay. Okay, okay. Geronimo! Ey! Blödes. Wo fährt denn der Typ lang? Da ist er. Sehen. Warum kann er nicht einfach mal einen Unfall bauen, so wie ich andauern? Oh. Ich schosse dieses Auto. Wo ist er hin? Okay. Wo fährt er lang? Bäm! Bäm! So. Schön. Nee. Hier. Ja. Ja. Komm schon. Boom! Okay, raus hier. Ach, Mann. Komm schon. Nervaufreibend. Geschafft. So. Apropos Fahrzeugdiebe. Ja, komm, mach ich das mal schnell. Hä, Moment mal. Hab ich hier nicht... Stehen Sie nicht eben noch ein Polizeimotorrad? Jetzt schwänken, hier stand ein Motorrad. So, ist hier was drin für mich? Yeah! Wieder so ein geiler, supercooler, wertvoller Felsbrochen. Hammer, genau so mag ich das. Da ist es. Tata, tata. Ich bin wieder da. Okay. Ähm. Nein! Nicht wieder da, daraus rein. Au. Oh, dieses Motorrad fährt echt krass. Super schnell vor allem. Ähm. Wir müssen doch rüber. Sehen wir mit dem Viertel nämlich noch nicht fertig. Ja, du bist auch blöd. Du bleibst mitten auf der Straße stehen. Oh, das hab ich gar nicht gesehen. Affe. So. Hier wären wir wieder. Blaue Farbe brauchen wir. Wo ich die blaue Farbe herkriegen soll, ist mir ein Rätsel. Okay, hier raus auf jeden Fall nicht. Muss ich bestimmt irgendwo wieder ein Farbwechselersnod bauen. Okay. Ja, überall nur Supersteine. Hm. Hm. Ach so, genau. Den Automaten hinten hab ich schon geschrottet. Ich brauch nur noch einmal blaue Farbe hier für... Ach genau, hier. Dieses große Gebäude hier in der Mitte. Das haben wir ja noch gar nicht. Ich hab noch gar nichts hier gemacht. Sieht so imposant aus. Das wollte ich mir auch heben. Hier geht's rauf. Da oben ist ein Schwein. Äh. Und noch einiges mehr hab ich gesehen. Uah. Bitte nicht. Ich würd mich unterfallen. Oh Mann. Guck. Ja. Okay, jetzt noch. Halt. Stopp. Zurück. Aha, ja genau. Und hier? Sehr richtig. Eine Figur. So mag ich das. Farmer Bales. Ja, klar. Wer sonst? Genau eben diese Sache hier mit diesen Schornsteinen, daran habe ich, das habe ich ja erst vor kurzem irgendwie gelernt, beziehungsweise herausgefunden. Könnte sein, dass wir in den alten Gebieten noch Schornsteine haben. Da drüben ist was Grünes. Äh, ich muss zur Kanone. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass mir irgendwas, entweder irgendeine besondere Figur oder so noch fehlt, um die Gebiete auf 100% zu kriegen. Die Bezirke. Weil wir haben, glaube ich, bisher wirklich nur ein einziges Gebiet, wo wir 100% gefunden haben. Und das finde ich ein bisschen komisch. Weil ich doch sehr, äh, gründlich beim Absuchen war. Allerdings auch nur in dem Bezug, äh, äh, in der Sache von dem, was ich halt wusste. Also das mit den Schornsteinen. Ja, das wusste ich halt nicht. So wie manche andere Sachen auch nicht. Okay, muss ich da jetzt nochmal rauf aufs Dach? Nee, ich glaube, das war's, ne? So, wie sieht's denn hier jetzt eigentlich aus? Was haben wir denn? Eine Gang? Okay, wir müssen da aufs Dach, dann können wir die Gang finden. Wir müssen noch einen Autoklan. Irgendwo müssen wir noch unsere Fahne reinrahmen. Und ein Grill! Stimmt. Irgendwo muss noch ein Grill sein. Da hinten! Ich seh's doch schon. Quallen! Klasse! Den hab ich gegrillt. Na, das ist ja mal blöd. Hier war ich ja schon. Hab ich ohne Teleporter geschafft? Schmäh! Ich muss dringend los. Ich würde rauf. So wird's wieder einfacher. Okay. Genau da oben ist die Beobachtung. Was habe ich hier? Okay. Ja, ich muss es hochhalten und gucken, wo jetzt die Gauner... Ach, verdammt, Puck könnten sie sein. Vielleicht da drüben? Der Nächste. Ich benötige eine Baugenehmigung. An diesem Punkt möchte die Verteidigung gerne dieses Monokel als Beweis bitte. Entschuldig? Wie kommt man nur zu diesem Urteil? Vielleicht hat es mit den ganzen Beweisen zu tun. Ich hatte Beweise. Wenn sie uns sowieso am Ende damit bestrafen, Kings Court aufzuräumen, dann lass uns dafür sorgen, dass es was aufzuräumen gibt. Ich sag dem Rest der Jungs Bescheid, dass wir uns vorne treffen. Okay. Das ist nicht allzu weit weg. Hau rein. Lass schneller. Wo ist das? Nicht den Kopf hängen lassen, Freund. Okay, komm schon, komm schon. Komm schon. Uh, da, genau diese Bombe, genau diese Bombe da. Wusste ich nicht. Woher soll man wissen, dass es eine Kanone gibt, die wo, äh, feuert? Woher? Jetzt weiß ich es. Jetzt bin ich auch wieder etwas schlauer. Oh, nein! Oh, Mist! Du willst es also auf diese Tour lösen, ja? Okay. Klar erhalten, alter Mann. Oh, hier geht das mal ordentlich. Schön mit der Schnauze in den Dreck hier. So, und du haust wieder ab. Wollen wir klar? Ja, im Namen des Gesetzes. Muss häufiger trainieren gehen. Also ich kriege ich. Affe. So, okay. Genau, Gangs verhaftet. Sehr gut. Jetzt freue ich mir gleich diese komische Rakete. Ich war irgendwo hier drüben, irgendwo hier drüben hat die Kanone auf mich geschossen. Aber ich weiß auch gar nicht mehr jetzt, wo dieses Ding ist, was ich damit kaputt machen muss. Da, da ist sie, okay. Folgt sie mir? Ich sehe sie nicht. Muss hier rüber. Ich glaube, das war da hinten. Da ist es, genau. Folgt sie mir noch? Ich sehe sie nicht. Wo ist sie denn? Weg. Ich bin schon auf der richtigen Spur. Kannst du vielleicht auch schießen? Nein. Kann bloß wirklich nur die eine Kanone. Und woher soll man das denn bitte wissen? Ich bin voll am Verzweifeln. Okay. Vorsicht. Da muss eine Rakete über die Straße. Lass doch mal die Rakete vorbei. Okay. Sieht gut aus. Vielleicht sind wir da. Folge mir. Wie komme ich da raus? Sehr gut. Klug. Bürgermeisterin Gleason. Ey. Heiß. Gut. Was haben wir hier? Das ist kein Autorennen. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Und das hier. Alles klar. Ja genau. Ich muss ja jetzt da nochmal rauf aufs Dach. Kann ich? Kann ich hier nicht rüber? Haha. Ich bin so klug. Okay, dann kann ich hier. Genau. Sehr gut. Äh. Wie konnte er nur? Okay, okay, okay. Und jetzt? Oh Gott. Oh, ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Geil. Ja, das machen wir jetzt noch. Das machen wir jetzt noch vor Schluss. Oh, wir haben jetzt noch kleine Powersteine. Und es ist Unbesiegbarkeit. Na gut, okay. In den alten Spielen fand ich das gar nicht mal so dumm. Unbesiegbarkeit. Aber hier muss ich sagen, die Kämpfe... Bin ich jemals schon mal in einem Kampf gestorben? Ich glaube nicht. Halt, da habe ich was... Habe ich was Schimmern gesehen? Ja, okay, dann muss ich sein, blöder, dummer Stein. Okay, rüber war nochmal. Zack. Wunderbar. Oha. Ich habe es doch geahnt. Irgendwie, irgendwo habe ich mir schon gedacht, was das kommt. Wieder so ein... ...es Parcours-Ding. Ja, gut, okay. Es sollte dann machbar sein. Wieso fängt das da drüben an? Wieso fängt das bei Cool Level dort an? Okay, das ist neu. Wo komme ich denn da da hin? Okay. Das ist neu. Ich sehe nichts. Okay. Ich will mir jetzt erstmal kurz den Weg hier angucken, damit ich weiß, wenn es auf Zeit geht, was ich machen muss und wohin ich muss. Oha. Okay, das... Das ist ein Stein. Hier muss ich dann nicht hin. Dann muss ich hier hin. Ich muss wahrscheinlich einmal parcoursmäßig in den Kreis laufen. Denke ich mir mal. Halt dich mal fest. Okay. Boah, ich habe keine Ahnung, was da jedes Mal passiert. Die Figur macht einfach. Oh, verdammt. Ja, okay. Gut. Alles klar, dann würde ich sagen, versuchen wir es. Ja, sehr gut. Eins von acht. Cool. Und bam. Yeah. Super cool. Jetzt einmal um die Hauswand. Jawohl. Wie ein junger Gott. Komm schon. Okay. Das läuft. Jawohl, ja. Ah, zack. Ich glaube, ich muss hier dann, oder? Ja. Natürlich. Das läuft nicht. Miu. Äh, ja. Ich mache einfach mal. Oh, nein, nein. Miu. Warum hat der früher losgelassen? Das verstehe ich nicht. Es lief so gut. So gut wird es nie wieder laufen. Sammle Uhren ein. Ja, ja, das tue ich ja. Bis hierhin ist ja alles kein Problem. Okay, aber hier. Was? Ich verstehe nicht. Halt dich fest. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Jawoll. Mach mal darauf. Ja, komm. Ja, ist gut. Klasse. So mache ich das. Okay, halte ich fest. Ja, komm schon. Fantastisch. Ein bisschen gebogelt mit dem Astronauten, aber... Läuft. Schön. Den haben wir gekriegt? Streetskater. Wollte ich nicht eigentlich die Folge schon beenden? Ich bin auch total blöd. Na ja, egal. Sind wir vier Minuten, noch was sind wir drüber. Trotzdem hoffe ich, dass es einigermaßen unterhaltsam war. Und wenn ja, dann sehen wir uns gut gelaunt in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs aufmerksame Zusehen. Und wünsche einen schönen Tag, eine schöne Nacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, okay. Ah, Powerstein. Ich will einen geilen Powerstein. Nicht Unbesiegbarkeit. So ein Scheißdreck. Braucht niemand. So, ich sperse auch weit beim Jahrhundminionalen. Vielen Dank.